Hallo, grüß euch! Ich bin der David Buchberger, bin 29 Jahre alt und mittlerweile seit sechs Jahren im Unternehmen, wobei ich meine Position als Precision Farming Spezialist für Norden Österreichs seit zwei Jahren ausübe. Durch neue Technologien und die automatische Steuerung von den Traktoren mache ich die Feldarbeit für den Landwirt noch genauer und noch bequemer. Lenksysteme, neue Technologien und GPS. Meine Arbeit ist wichtig, weil ich mit dem Händler gemeinsam für unsere Kunden die bestmögliche Lösung für einen Betrieb im Bereich Position Farming erarbeite. Erstens schauen wir, dass wir gemeinsam mit unseren Händlern die beste Lösung für ihren Betrieb finden. Dann schauen wir natürlich, dass wir von Steier-Attraktoren unsere Händler bzw. unsere Kunden unterstützen mit Schulungen bei den Händlern vor Ort und einer Endkunden-Hotline, wo sich die Kunden direkt bei uns melden können. Also das Steier-STech-RTK-Plus-Netzwerk stellt in der Landtechnikbranche ein Alleinstellungsmerkmal dar, indem dass nur wir europaweit ein RTK-Signal anbieten können, das was wirklich 1,5 cm genau ist. Mathe, Prison Brick, das schaue ich gerade zum dritten Mal. Ja, ich habe zwei Katzen, die Mimi und die Murmel. Dorf, nur Dorf. Also am liebsten ist mir eigentlich eine See, zum Beispiel der Attersee. Sehr, weil ich fühle mich so schnell gar. Das Beste daran ist, dass wirklich alle vom Steier-Team für ihre Sache und für die Marke Steier brennen.